Aber hier ist es auch nicht. Wieso läuft es mir am Weg rum immer? Ist okay. Nein, ich werde hier nicht aufgeben. Ich werde hier weitergehen. Ich gehe mich auf den Senkel. Ich will hier was machen. Das muss hier irgendwo sein. Mann. Hm. Wir müssen hier in Markierter Ort. Wir sind auf jeden Fall hier. Es ist auf jeden Fall in dieser Richtung. Wir haben die Alte nackig gemacht. Ich werde das mal speichern. Oh. Ja. Hast du dich etwas verletzt? Hier ist auch noch etwas. Okay. Was hat er nicht weitergebracht? Was hat er hier auch nicht weitergebracht? Hier ist es auch nicht weiter. Okay. Dann muss ich mal gucken. System. Laden. Letzter Spielstand. Ja. Schnellladen. Jopp. Enter. Mal gucken. Okay. 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 Jetzt bin ich weitergekommen. Hier ist irgendwo ein Zugang. Irgendwo. Irgendwo sollte ich hier reingehen. Bringt also herzlich wenig. Hier ist eine Treppe. Nach oben. Ohne Durchgang. Wenn ich hier gerade ausslaufe, breche ich mir das Bein. Dann haben wir die Variante noch. Jetzt muss ich mal von meinem Gaga denken, mal wieder runter und dann gehe ich halt dann so vorbei. Hier kommt man nirgendwo durch. Hier ist nichts. Absolut nichts. Aber wir müssen da da. Ich muss da hin. Die Frage ist bloß wie. Wie? Ich muss da kaputt machen, mal was. Hm. Ist echt krass. So. Nach einer Weile suchen habe ich, glaube ich, eine Lösung gefunden. Eventuell eine Lösung gefunden. Ähm. Hier. Die Stang, wo ich mal hier ins Wasser gegangen bin. Da ist so ein kleines Röhrchen. An der Seite. Äh. Hallo. Lauf doch mal. Wo ich dann quasi... Die Götter wollen finden wir in einer dieser Kammern eine Truhe voller Gott. Da ging ein Weg lang. Ähm. 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 Wow. So geht die Tür also. Dann machen Sie, was auch immer Sie mal. Ja. Ah. Man muss sie quasi anfeuern. Wenn man es weiter möchte ist. So. Gucken wir mal hier. Wie gesagt, ich gucke nebenbei nach die Queen Maya. Da sind ja echt Star-Besetzungen drin. Die sind echt nicht ohne. Wo ist denn die Katrin? Wo ist mein Typ hier? Okay. Ich dachte schon, dass die Tod... Ehe. Wie ist der Tod? Och Mann. Da, da, gie, gie. Guck, gu, gu, gu. Ähm. Ah. Hier geht es auch noch lang. Oh. Von da aus kam er, oder? Was? So. Brenne, du Luda. Wo ist mein Typ? Okay. Jetzt bin ich nur mit denen, mit der hier unterwegs. Na gut. Wir werden es überleben. Hat er tatsächlich irgendwas, was man einsammeln kann? Nö. Das leuchtet noch wunderbar. Immer mit der Ruhe. Hör auf, willst du beschweren. Äh. Ich gehe die ganze Zeit in die falsche Richtung. So. Kümmert ihr euch mal um die? Weil ich habe echt anderes zu tun. Ähm. Seht, dort drinnen ist eine Thron. Aber die Tür ist fest verschlossen. Ja. Seht, das sehe ich auch. Und was willst du jetzt? Heilige. So. Dann macht mal. Ich gucke mal hier. Oh. Ich glaube langsam, weil es geht wieder hoch hier. Krass. Ein Hin und Her ist das hier, muss ich sagen. Okay. Oh oh. Mist. Ich sollte ab und zu mal abspeichern. Gut, auch's Neue. Diesmal weiß ich ungefähr, wo ich sagen muss. Ähm. Aber diesmal wäre ich auch auf der Abspeicherverflucht, ey. Jetzt sollte ich mich echt angewöhnen. Wo ist denn mein Typ? Da ist er ja. Meine Idee. So, den lasse ich mal da. Dann einmal hier hoch. Und dann da lang. Ohne ins Wasser bitte zu fallen. Das wäre wunderbar. Dann geht's. Ah, jetzt hat sich die Tür geschlossen. Jetzt hat sie wieder geöffnet. Jetzt geht's.